Hallo, guten Morgen, alle zusammen! Ich habe euch heute mal wieder was Tolles mitgebracht. Da darf ich mir was rausnehmen, was ihr gerne möchtet. Da ist immer nicht so hängig, immer mit der Ruhe ist für jeden was da. Viele tolle Sachen habe ich dabei. Hat ihr das? Ich habe euch das doch erklärt. Immer auf der Linie bleiben. Abstand halten. Ist mal ein bisschen langsamer. Timo, du bist doch wieder von der Linie. Ich bin sogar nicht. Aua! So, jetzt alle ganz entspannt. Auf der Linie. Ja, 1952. Vielen Dank.